Ich mach wieder die böse Musik an hier, zack. Mann, warum läuft die Musik denn nicht? So, äh, hallo, ist hier jemand? Irgendjemand? Anybody? Anybody here? Anybody here with me? Ey, ist er einfach weggelaufen? Ist das euer Ernst? Jo, wer ist denn hier weggelaufen? Hallo? Wer ist hier gerade? Jengo, bist du hier gerade hergekommen? Ja, ich bin hier gerade hergekommen. Warum bist du so schnell weggelaufen, Mann? Ich hab dich gesucht. Ich dachte, wenn man die Tür aufträgt. Warum hast du dann gebraucht? Hey, ich bin direkt rausgelaufen. Ich hab vorher noch Musik angemacht. Jengo, mach jetzt nicht den hier. Ich hab 10 mit zwei Punkten. Was heißt das da, oder was? Ich hab genau das gleiche. Achso. Zack, ich hab einen Passenger-Lock, Leute. Watt? Parra, Lubi oder ich. Junge, Sprintlern. Leno, Ise. Hast du gehört, Jengo? Pera, Bera. Parra, Lubi oder, oder Leno? Pera. Parra, Lubi oder ich. Warum? Er hat einen Passenger-Lock gefunden. Hast du nicht gehört gerade? Warum? Leno ist es. Parra, wir müssen irgendwie die, 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 wir müssen irgendwie das auf Leno lenken, Parra. Ganz wichtig. Irgendwie auf Leno lenken. Wir sind doch alle nur oben. Sehr gut. Alles klar. Du bist auf jeden Fall jetzt im Verdächtigenkreis. Das, 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 also, die werden das sowieso wieder vergessen, aber ich werde das halt sagen. Deswegen müssen wir irgendwie gucken, dass wir auf Leno das lenken. Alles klar. Ressi, Alter. Ressi. Hi. Gibt's dir gut? Was willst du schon wieder machen? Ich will gar nichts machen, Jürgen. Ich will gar nichts machen. Nein, ich will eigentlich nur hier gerne rumlaufen. Hast du, warte mal, hast du mitbekommen, was gesagt wurde? Nee. Komm mal mit. Also, ich weiß, das klingt jetzt mega sass, aber ich möchte das jetzt nicht hier die ganze Zeit zu Hause mal sagen. Also, das Ding ist, Leno hat gerade einen Passenger-Lock gefunden. Und da stand drin, ich glaube, dass irgendeiner von den drei, also von Leno, von Parra und Lubi, ein Paranoid ist. Personal. Ah, okay. Nicht vergessen. Ah, Gott, das habe ich gehört, deswegen bin ich von Parra weggelaufen. Nicht vergessen, nicht vergessen. Jawohl, Alter, let's go. Uh, all cards. Kann ich nicht hier springen? Ey, Lobi. Ey, ey, ey. Na moin. Alter, der raucht. Du bist einfach reingeschoben. Der raucht, was ich einrege. Leno, gönnt sich. Ich mach Feuer. Ich mach Feuer an, ist kein Problem, Junge. Das ging wirklich an, guck mal. Alter, der raucht den ganzen Aufzug voll. Und jetzt ganz wichtig, Leute. Leno muss mal ganz kurz eben sagen, was er gefunden hat, Junge. Das wird aber sowieso gezeigt. Lock. Lock hat er gefunden, Junge. Dill 3 Lock hat. Zeig doch mal den Lock. Wir können eigentlich jetzt schon reden. Auch wenn wir es nicht sehen, Leute. Kommodiv in Dresden. Kommodiv in Dresden. Raus, raus, raus. Raus, raus. Eine Minute, das ist wenig. Ich hab ein Lock gefunden. Und entweder sind es Luby, Para oder ich. Einer von den zwei. Einer von den dreien. Nein, drei. Okay. Leno, warst du die ganze Zeit mit einer Person unterwegs? Warst du alleine irgendwie unterwegs? Ich mein, du hast eigentlich die ganze Zeit geredet. Du warst kaum ruhig. Deswegen würde ich das eigentlich... Ich war bei Luby noch mit. Bei Luby. Hat er irgendwelche komischen, komischen Sachen gemacht? Also ich war am Anfang die ganze Zeit mit Casey unterwegs. Ja, und was habt ihr gemacht? Ja, und dann hat... Ja. Nichts, wir haben die Tür da hinten aufgemacht. Da in diesem ersten Raum. Ich finde das so schwer. Also einer von den dreien ist halt safe. Aber warte. Para hat auf jeden Fall den Scanner gefunden, womit man die Karten suchen kann. Habt ihr den benutzen sehen? Ja, habe ich gesehen. Ich glaube, er hat... Er stand auch genau vor der Karte. Er hat vorher gemacht. Ich habe die rote Karte dann gefunden. Dann würde ich sagen, einfach Leno, Luby und Para erstmal beobachten, Leute. Wichtig. Ja, wir haben ja auf jeden Fall gesehen, wie geil das für den Imposter-Dude laufen kann. Und ihr dürft nicht vergessen zu voten, ne? Wenn er den Log selber findet. Der Loggie. Ja, das darf man halt... Aber wurde das jetzt auch wieder aufgedickt? So, das ist halt die Frage. Hat man das von Leno gesehen, dass er das gefunden hat? Das hat mich ja ein bisschen verwirrt, oder? Also es soll nicht so... Ich habe das noch am Bein hängen. Was ist das? Ist das nicht eine neue Map? Ist das neu? Goal. No, ist wirklich... Wir sind woanders, Alter. Goal. Krass, gibt doch also andere. Oder kommen wir einfach nur woanders... Alter, das ist einfach die Shopping-Mall hier. Was ist denn jetzt los? Das ist ja übel nice. Mega nice, Alter. Okay. Leute? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Shit. Dengo! Hier! Nein, lass uns... Okay, ja. Stimmt. Hast du recht. Danach können wir da hinten noch eine Luke durchsuchen. Okay, 3, 2, 1... Ach, Leute, das ist die gleichzeitige. Okay. Ja, ciao. Sorry. Okay. 3, 2, 1... Nice, Mann. Alter! Das ist einfach wirklich eigene Metten. Panja-Flasche, Alter. Das ist halt so ein Müll. So ein Müll. Go, ein Lock. Was steht da? Ja, ich bin noch da. Ich gucke mich nur um hier. Ah, okay, okay. Ähm, ach Gott. Stehe das jetzt noch irgendwo drin? Ach, richtig? Nee, oder? Scheiße. Äh, das war auf jeden Fall... Cassie war da mit bei. Ja. Ähm... Para, glaube ich. Ja. Und Deno. Aber ich hätte... Vielleicht sehen wir es nachher nochmal. Müsst du wahrscheinlich. Okay. Okay. Zack, 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 zack. Aber das ist so schnell. Nice. Oh, oh, hörst du das? Wollen sie das? Hier können wir auch noch aufmachen. Oh. Du brauchst mal eine Hilfe da? Die haben wir noch gar nicht gemacht. Was hab ich? Was ist das? Wie mach ich denn das? Ach so. Was ist denn das Rad drin? Oh. Okay. Was sind das für Akten? Ach so. Irgendwie tut sich das. Ich bin hier die ganze Zeit mit Django alleine. Hä? Bunk, bunk. Hier ist so eine... Hä? Ich check das nicht. Hä? Ich war doch gerade an dem Rad. Hä? Die blaue ist... Warte, jemand der... Ah, jetzt. Ich war dann das falsche Rad. Ich vollidiot. Die blaue, ne? Wo hab ich die jetzt? Nein. Nee, die blaue hat sich schon reingemacht, ganz am Anfang. Warum hab ich die jetzt an der Backe hier? Nein, ich bin durchgegangen. Warte, Junge. Let's go, Alter. Nice. So komisch. Hä, welche Wahl das ist? Ach so, das ist für die Luft. Ja, ja, das ist für die Luft. Das ist für die Luft. Verstehe, verstehe. Mega gut. Weg von mir. Zuck. Weg da. Hey, ich hab das auch. Oxygen. Äh. Was gibt's hier? Oh. Aha. Warte mal, da ist es. Ich check das nicht. Starr, sich da ruhig. Bingo? Ja? Oh, oh. Was denn? Oh, oh. Hallo? Hallo? Dingo? Wolltest du da... Macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn, dass du was bist, Alter. Ja, eben. Ich glaube, ich hab ne Spritze. Ja, ich versuche auch eine zu bekommen. Ich hab halt die rote Keycard, aber bisher ist das auch nicht aufgefallen. Deswegen, ich hoffe, das fällt noch nicht so schnell auf. Ich komm, Leute, ich hab auf. Aber wir müssen jemanden aus dem Leben rausziehen. Das muss, äh, am besten irgendwie Luby oder so. Ja, sieh was. Ja, das stimmt. Nein, jetzt brennt der andere. Ich find einfach immer noch nichts, Mensch. Zack. Hey, green. Das ist geil, der sich. Egal, das ist dann halt die rote. Zumbies. Das gibt's doch nicht, Alter. Muss irgendwie an die Karte kommen, Mann. Das ist scheiße. Wir müssen irgendwie jemanden töten. Es geht nicht anders. Oh, nein. Da ist er. Doch, er lebt noch. Was denn? Ne, ich lebe noch. Ich lebe noch, ja. Ah, okay, gut. Ich bin noch da. Du bist tot. Ja, wo ist denn die rote Karte? Hey, Junge. Was ist denn das? Ja, hier ist ja. Oxygen-Level bleibt oben. Das ist echt weird. Vielleicht war das echt bald. Das war eigentlich doch eine Karte. Oder nicht? Ja, was ist denn das für ein Alarm? Scheiße. Ist das ein Alarm? Ja, ja. Warte schon in einem Raum mit dem Airlock, wo man hier das Dings machen muss? Mit der Luke? Ne, da waren wir noch nicht drin. Ja. Ich fürchte, dass da die Red Card drin ist. Mit welchen? Mit dem Ding, mit dem Airlock. Sherlock Holmes. Zeig mal her. Clown ist immer zu jürgen. Kann da eine Karte sein? Ja, kann sein. Hey Leute, wo seid ihr? Ich finde euch nicht. Hey, ich. Ich auch nicht. Böser, wer wäre ich weggerannt? Das tut mir so leid. Ich stand hier hinten. Hey, was ist passiert? Was ist passiert? Clown hat mich weggehauen, während Luby im Airlock war. Ach, komm. Aber war er nicht im Personallock vorhin, den du gefunden hattest? Was ist hier los? Ja, stimmt. Wieso lebst du dann? Oh, Leno ist einer. Hä, wieso Leno? Ich dachte, Luby ist gestorben. Ach, Luby ist gestorben. Ich habe auch eine Spritze. Ich habe auch eine Spritze. Ne, stimmt nicht. Es war Parallel. Alles klar. Wie sieht es aus? Wir könnten zwei töten. Wir waren wirklich unschuldig. Und Luby weggehauen hat, der Impostor war. Wie gerne das denn? War, war. Das können wir nicht genau sagen, ob das einer war. Das können wir nicht hundertprozentig sagen, ob das einer war. Ich bin hundertprozentig mit diesen komischen Gräten. Also ich sage es aber, das könnt ihr natürlich. Du hast die rote Karte? Ich habe die Karte, ja. Ich habe sie. Nein, eben nicht. Ich suche die Karte. Ah, dann machst du es rein. Ach so, ja dann auch rein. Oh, das tut mir so leid jetzt. Wuuu. Ja, wir wissen halt nicht, ob er safe war oder nicht, ne? Das ist halt das Ding. Nee, weiß ich noch nicht. Das war auch einfach absolut aus Versehen. Das war absolut aus Versehen. Alter, Alter. Aber das Ding ist halt. Oh, jetzt der Lock. Oh, der Lock. Oh, Jengo. Parakeasy Dengel. Warte mal, Dengel, du hast doch gerade einen anderen Namen genannt. Er war bei mir, als er gestorben ist. Und in Lennos, aber in Lennos Lock War vorher auch Para dabei Hä? Para, Lubi und ich Para war doch mit In Django sein, ne ne, ich war bei Lex Junge, es tut mir leid, ich will Casey, es tut mir leid Ey, ohne Witz, der macht die Luftschleuse Wie, der war nicht dabei Wie, der war nicht dabei Das heißt ja nichts Das heißt ja nichts Jetzt lass einfach hier machen, komm Komm schnell rüber, scheiß auf alles Wir müssen eigentlich theoretisch nur Alle rüber Wow, wow, du hast ihn getötet Du hast ihn getötet Ich hab doch gedrückt gehalten Hä, was, was Er ist einfach runtergelaufen Er ist einfach runtergelaufen, hä? Junge, du hast ihn getötet, Alter, hör doch auf Er ist einfach Herr Django Ja, GG Na, was geht Das ist so eine eklig Casey, komm her Nee, ich hau ab Casey Casey Geh weg von mir Ey, lass stehen Boah, Casey, du kannst herkommen Ist kein Problem, Alter Ist kein Ding hier Casey Geh weg, du verdammter Parasit, Alter Ey, Töne Junge, was machst du? Töne ihn doch jetzt Danke Mach mich doch nicht so schwach, ey Jawohl Du hättest nur noch, als die beiden hinten standen Ans Terminal gehen müssen Ja, die Karten hatten wir schon Man kann das Die letzte Sage Die letzte Sage kann so easy schnell machen eigentlich Ich war doch an dem Ding dran Ich konnte da nichts machen Ja, irgendwas hast du dann aber nicht gesehen wahrscheinlich Ja, das war ein Anlacki Anlacki Herr, wer ist da am Anlacki? Django, was ist da passiert? Wie Django ist, was ist passiert? Ja, was ist jetzt los? Django ist einfach runtergelaufen, oder nicht? Ja, da war die Brücke noch nicht ganz da Die konnte nicht einfach So ein Segel da einfach runter Ich bin halt die ganze Zeit in dieser Scheiß-Mall Bin ich die ganze Zeit um diese Scheiß-Spritze umher gesneakt Und bis da mal keiner war, Alter Bis ich den mal bekommen hab, Alter Und dann hat dieses Schleusending Das Schleusending hat einfach so in die Karte gespielt Alter, Casey, dritte Ampasta Ach, Casey, aber war es deine Aufgabe? Das würde mich halt interessieren War es deine Aufgabe, Lobby, rauszuschmeißen, oder was? Nee, wie gesagt, es war wirklich nur einfach aus Es war richtig dummes Timing War richtig dummes Timing Aber wie gesagt, es war echt dumm, dass wir Para nicht rausgevotet haben da Es war echt offensichtlich, weil er Weil er war halt einfach in zwei Loks Ja, aber du warst auch in zwei Loks drin Und du hast halt die Scheiße geöffnet Nee, nee, ich war nur in dem einen Ja, aber es waren halt trotzdem drei Namen Django war halt auch in dem ersten Ja, aber Paraba Oder war es Loks? Ja, aber am Anfang war es ja Da war der nicht mit drin, das war nur das Loks von Django Also so obvious fand ich das jetzt nicht, tatsächlich Naja, am Anfang waren ja ich, Leno und Lupi Ja, Lupi glaube ich, ja Und beim zweiten Mal waren es ich, Casey und Django Kann sein, ja Ich war ja, aber es war ja ich, ich war ja Untertitelung des ZDF, 2020